Beeindruckend war für uns alle, auch für meine vier Freunde da oben, die Verhaltensweise in Osnabrück. Ich war gekennzeichnet von gegenseitiger menschlicher Wertschätzung. Das möchte ich mal als 88-jähriger Mann hier sagen dürfen. Das freut mich, wenn jahrelange Kontakte in jeglicher Form, menschlich, sportlich, dazu beigetragen haben, dass wir uns gegenseitig schätzen und dass auch von euch aus immer mal wieder Verständnis für unsere Situation gebracht wurde und gezeigt wurde. Ich habe in meinen 55 Jahren bei den Kickers diese Situation oft erlebt. Ich habe gestern auch mit meinem Freund Thomas Kalt, der mir leid getan hat, weil das Engagement vorbildlich ist, lange telefoniert und habe schon Gedankenaustausch gehabt. Und ich habe ihm auch das gesagt, was ich empfunden habe in der Situation, wo wir runter mussten von der ersten Bundesliga bis runter in die Oberliga. Aber die Frage von dem jungen Freund hier vorhin wegen der Zeit. Ich bin der Meinung, es war beeindruckend für mich, heute zu hören und so registrieren zu dürfen, dass wenigstens gehandelt wurde und zwar sofort, dass kein Vakuum entstand und dass man nicht hier die Meinung haben konnte, hier ist keine Aktivität mehr, hier ist keine Initiative mehr, hier ist keine Kreativität mehr. Es ist alles so gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte, als, das darf ich ja ausnahmsweise wohl sagen, als erfahrender Mann hier bei den Kickers. Und ich kann nur abschließend sagen, die wissen alle vier, wie sie da oben sitzen, dass es große Hürden gibt, die zu überwinden sind. Dass es Irritationen gibt bei den Anhängern, bei den Freunden, das kenne ich alles. Das habe ich gestern mit dem Thomas Langebreit mal diskutiert. Aber was für mich und für alle, die hier, deren Herz an den Kickers hängt, entscheidend ist, man ist aktiv, man ist positiv. Der Nieder hat uns sehr beeindruckend und sehr fachlich qualifiziert artikuliert. Ich bin Optimist, wir werden diese Talsohle durchschreiten. Die hat Tränen gebracht für uns alle und das war natürlich. Aber ich werde meinen Beitrag leisten, dass hier die Moral und die Stimmung bleibt. Und wenn ich gesagt habe zur Mannschaft und hier das letzte Mal zu euch allen, wir sehen uns an meinem See zum Fest, wenn wir drin bleiben, wiederhole ich jetzt, jetzt sehen wir uns erst recht draußen mit euch allen und mit meinen Freunden hier und mit der Mannschaft. Und da werden wir das erste Signal setzen, dass die Offenbacher Kickers immer noch einen guten familiären Charakter und Sinn haben. Nochmals vielen Dank, entschuldigt, dass ich mich so brauche, aber mein Herz hängt in den Kickers, wie euer auch. Wir haben hier vorbildliche Menschen, Sportler, hochqualifizierte Kaufleute. Und was soll da noch schief gehen? Der Nieder hat neulich mal gesagt in der Ansprache, bei so einem Ehrenpräsidenten kann ich schief gehen. Also es war eine große Ehre, die er mir die erwiesen hat. Und das möchte ich mal hier rüberbringen dürfen. Und ich glaube an unsere Zukunft. Es wird schwer, es wird sehr schwer, es wird vielleicht auch Situationen geben, wo wir Profil zeigen werden. Und das werden die Kickers tun. Ihr könnt euch drauf lassen, wir kommen wieder. Danke.